In Lesum. Mal gucken, ob es hält. Das wird die große Frage sein, ob ich krache. Geil, ja? Das ist so ein Wintergefühl. 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 Es knackt ein bisschen. Aber es hält. Das ist die Hauptsache. Winterspaß. Wenigstens einmal im Jahr. Das muss sein. Guck mal. Das ist in Lesum. Und das ist richtig cool. Guck mal.